Willkommen in der faszinierenden Welt des Dromedars. Dieses wüstenbewohnende Tier hat einige bemerkenswerte Eigenschaften. Dromedare haben nur einen Höcker. Sie speichern darin Fett, nicht Wasser. Sie können bis zu 40% ihres Körpergewichts verlieren und es mühelos wieder erlangen. Ein einzigartiges Merkmal im Tierreich. Dromedare können bis zu 10 Tage ohne Wasser auskommen. Ihre Nieren und Ärme sparen Wasser. Mit ihren langen Wimpern und eng schließenden Nasenlöchern trotzen sie Sandstörungen.